Diese drei Charaktere müssen unbedingt in Mario Kart 9. Und bitte nicht wie der rosa Gold Peach. Platz Nummer 3 ist sogar schon per Mod Downloadbar, nämlich Paper Mario. Also ganz ehrlich, wer braucht Gold Mario, wer braucht Tanuki Mario, wenn man etwas so Kreatives reinmachen kann. Fast so geil wie alle meine Follower. Als Platz Nummer 2 will ich eindeutig ein Comeback vom Funky Kong sehen. Kann mir auch nur eine Person von euch erklären, wieso der nur in Mario Kart Wii drin war? War der zu OP oder was? Und Platz Nummer 1 muss irgendein Pokémon sein, am besten natürlich Shiggy. Und natürlich hat das jetzt weniger mit Mario zu tun, aber ganz ehrlich, nach dieser Logik hätte man die ganzen Animal Crossing und Splatoon Charaktere auch nicht reinmachen dürfen. Ganz klar.